Okay Hip-Hops, gleich nach dem Break geht's weiter mit Onyx und N-Factor. Onyx sind Züchtlinge von Run-D-MC's Jam Master J und sind durch den von mir so-called Wrestling-Rap bekannt geworden, der aber leider geklaut ist von Lieders of the New School. Sie haben auch unter anderem den Term B-Boy neu aufgegriffen, der eigentlich von Break oder Boogie kommt. So kam es auch, dass bei ihrem ersten Konzert in New York sehr viele der Original B-Boys kamen und dachten, jetzt würde Breakdance getanzt werden. Bei Onyx heißt wahrscheinlich irgendwie B-Boy mehr so Bad Boy oder sowas. Bad Boy oder kommt von Böse oder was weiß ich. Daher auch der Name Wrestling-Rap. Bad Boy, ist über Realism und ist über die Represente und Relatives und People. You know what I'm saying? That's why we got the blood on that X, the bloody X. It represents all the deaths of the youths of the peoples that was trying to survive in the USG. United States Ghetto. The USG, where we come from. Onyx is the anger, the mad face. Yes, the music of blackness. That's what Onyx is. It's, 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 it's. No, fucking time to get loud, loud, loud like a wire. I set the fucking water on fire. I'm going to get on the hill. I feel silly, but I feel the time to get sick. You can get with me, ha, ha, ha. And we do it like this. Sit down, sit back, sit back, sit back. Come on. Slam is just telling people, yo, if you representin', go out there and just slam. It's an alternative to this. Boom. Boom. Alternative. When you slam, everybody's winning. Everybody's unity. You know what I'm saying? When there's something else, just regular random violence, there's no unity, just separation and dividing. And that's when people be dying. You know what I'm saying? Especially where we come from. Where we come from, they associate violence with hip-hop a lot. It may be even associated, but we want the people to slam and love the music and live. Word up. 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 Das war's, das war's. Auf geht's! Outro